Meine Damen und Herren, wir steigen an dieser Stelle aus der Live-Übertragung aus dem Nationalrat aus. Im Anschluss sehen Sie das Wichtigste vom Tag in Österreich heute. Ich danke für Ihr Interesse. Bis bald und auf Wiedersehen. Und am besten, obwohl eine natürliche Immunität vorhanden ist, trotzdem noch wöchentliche Tests machen müssen in bestimmten Arbeitsbereichen. Obwohl die Eigentests von den Schülern da sind, trotzdem nicht die Sportplätze besuchen dürfen. Und obwohl es offizielle Testmöglichkeiten gibt, die offiziellen Tests nicht darin erkennen, zum Beispiel für die schulischen Testungen.